wir spielen jetzt like a dragon infinite wealth für die playstation 5 schön dass ihr hier seid, es beginnt das war so mit dem los das spiel ist aus der jacuzza reihe kann ich sehr empfehlen freut mich sehr dass sie hier seid jetzt renne ich da einfach mit dem rucksack rum müllcontainer ja Ja, die Heilige Gruppe. Ich glaube ein Taxi wäre besser gewesen. Das ist wieder ein langer Weg. Ey. Aber jetzt bin ich ja schon da. Noch kurz. Tee ist voll gesund. Tee trinken ist immer gut. Ich bin ein Tag mit einem Hotspray. Du bist da zumindest ein paar Nachts, nicht wahr? Bist du genug Veränderungen? Hey, wenn ich rauskomme, ich kaufe etwas. Ich liebe es dragen. Ich bin ein Tag mit einem Schrauch. Schau mal uns. Erstmal sind wir ohne Haus, und jetzt sind wir über die Kälte extra. Hey, du bist richtig. Wir haben wirklich aufgerufen. Das könnte nur das R&R, was du brauchst. Take the time to enjoy it. Oh, and I'm good with any gifts. But Mackinac nuts. Sure. Thanks, guys. Well, guess I'm off. Happy travels. I'm going to sleep. I'm going to sleep. Whoa. Man, ain't nothing like a sunrise in Hawaii. Voll good. International Airport. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. Ugh. No, no, no. Please. Careful. Hold on. Please. Just, just wait. One second. Hey. Mind if I take over? Yes, please. Thank you. No need to be so gentle with it. Just lift him by his belt here. Like a sumo in his lord cloth. See? Thanks for lending a hand, sir. We appreciate the help. No. If anything, I was being too nosy. I wouldn't call helping a stranger out nosy. I take it you've done this before? Well... An old friend of mine spent most of his life in a wheelchair, so... Uh... Yeah, that would do it then. Anyway... You here on vacation? Uh... You could say that. Yeah. Right on. Well, let's make the most of it, huh? Later. Thanks again. Oh, uh, we ho! Uh, who what now? Uh, 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 we ho. It's like saying, until next time. Oh, okay. Uh, we ho! Tsssssst. Ah, Loa. Ich will da auch hin Schauen wir mal ob der Japanisch kann Kannst du Japanisch? Hallo! Hallo! Das bedeutet etwas für dich? Ich spreche japanisch? Oh! Du kannst es leer! Du bist gerade aus Japanisch? Ich habe dich. Komm in! Hey! Okay! Wo ist es? Hier ist die Adresse. Sieht es? Das ist ein guter Weg. Oh wirklich? Ist es ein langer Weg? Das erste Mal in Hawaii? Ja! Cool! Willkommen auf das Island! Ich hoffe, du hast einen schönen Zeit. Ich würde nach dem Preis fragen sollen. Hey! So! Du bist aus Japanisch? Ja! Du bist aus Japanisch? Du bist aus Japanisch? Ja! Du bist aus Japanisch? Du sagst das für alle, die fliehen aus Japanisch? Du bist aus Japanisch? Du bist aus Japanisch? Das ist wie ich wirklich fühle. Japan ist ein wunderbares Land. Es ist super ruhig. Es ist ein tolles Essen. Es ist ein tolles Essen. Aber was ist Hawaii? Das Land ist supposed zu sein heaven auf der Erde, richtig? Ja! Das warmes Wetter im Jahr ist toll. Aber, ja, Hawaii hat auch seine Probleme. Ach! Ach! Du sagst. Die Wahrheit zu sagen. Wir lieben die Japanische Besucher hier. Sie machen tolles Kunden. Und wir hatten viel mehr vorhin. Vielleicht sollte man mit deinen Freunden bringe. Vielleicht. Vielleicht ist es ein bisschen persönlicher. Du wißt, du bist ein ziemlich guter Typ. Ist das ein Islander? Nein! Ich verstehe das viel. Ich bin einfach zu gehen. Aber ich bin nicht all Hawaii. Mein Vater ist aus Japan. Oh, wirklich? Dann ist deine Mutter von hier? Ja. Ha! Hey! Ich glaube, du bist das gleiche als ich. Oh, ist das richtig? Ja! Eigentlich habe ich das nur noch kurz gefunden. Es wird bestimmt richtig teuer. Also, er ist der Karte. Wie oft! Aber wenn ich das noch sehen kann, wenn ich das Apfelde wieder sehen will, ich will meine Adresse zu checken. Oh. Entweder Natürlich. Wir sind fast da? Ich könnte es sagen, dass es eher nach den Suburbs war, als ich es sah. Oh, ist das richtig? Weil jemand ihre Arbeit gemacht hat. Was ist jetzt los? Spinnend. Warum? Siehst du, das ist weshalb ich die japanischen lief. Ein bisschen schlafen und sie werden fast niemanden vertrauen. Wollte ich meine Hände anziehen? Ja, du kannst es bleiben wie es ist. Sobald du ruhig bist. Ich will deine Wallet und deine Smartphone. Und du wirst, was passiert, wenn du nicht sagst. Du wirst mich schlafen? Du? Wirklich? Du wirst du schlafen. Ich schlafen, weil ich glaube, dass du nicht kannst. Uh, huh? Viele Leute sagen, Amerika ist ein bisschen schlafen, wunderschön. Aber ich wundere mich, dass viele von diesen wunderschön wissen, was es wirklich bedeutet, um den Trigger zu ziehen. Wie ist dein Punkt? Hey! Hey! Oh. Du willst wissen, ob jemand wird dich schlafen? Schau dir die Augen. Ein bisschen練習, und du wirst du das. Hey! Didn't think Japan would know how to strike back, huh? Maybe now you'll think twice. Goddammit! Don't get smart with me, asshole! We gonna clean you out! The battle is on! Taxi-betrüger! Was macht er da mit dem Schraubenschlüssel? Der ist ja nicht mehr ganz dicht. Der Taxifahrer wurde besiegt. Er hat einen Schraubenschlüssel. 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 Hier. Hey! Hör! Hey! Du hast meinen Schraubenschlüssel. Ich bin hier nicht ein Tag, und ich habe mich in der Schraubenschlüssel. Entschuldigung, dass du das alles überrascht hast. Ich habe mich selbst überrascht. Ja, aber was du hier machst? Na eigentlich, ich folgte dich. Folgte mich? Das stimmt. Als wir nach dem Flugzeugen sind, ich sehe, dass du in ein Schraubenschlüssel bist. Es sah aus Schraubenschlüssel? Kannst du das einfach mal sehen? Das ist, ich bin hier geboren. Und wie es steht, ich habe ein bisschen für das Schraubenschlüssel. Ich kann es wissen, ob ein Schraubenschlüssel ist, ob ein Schraubenschlüssel ist, oder nicht. Und er hat sich auf den Schraubenschlüssel, oder? Es ist nicht so, dass ich ihn 100% verstehe. Aber du bist so schön mit mir auf dem Flugzeug, und ich habe mir gedacht, was mit dir passieren könnte. Und, ehrlich gesagt, ich kann es nicht alleine bleiben. Danke, Mann. Du hast wirklich geholfen den Tag. Ich bin Kasuga, Ichiban Kasuga. Kasuga-san? Mein Name ist Mitamura. Eiji Mitamura. Hey, das ist ein guter Name. Also, Kasuga-san, woher du bist, wenn ich mich fragen würde? Ich... Oh, scheiße! Das ist richtig! Das ist auf der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel? Das war das, was der Schraubenschlüssel hat, all of a sudden? Ja. Hast du die Anlage irgendwoher? Nein. Ich glaube nicht, dass ich etwas so wichtig wäre. Ich verstehe. Na eigentlich, warte mal einen Moment. Ich könnte etwas haben. Huh? Du? Du weißt, was? Ich könnte damit arbeiten. Was? Bist du ernsthaft? Ich sehe die Anlage in den Video, die ich gerade gemacht habe. Es ist zu schwer zu lesen, aber ich kann versuchen, die Bilder zu verbessern. Und dann können wir es lesen? Ja. Ich denke, das sollte funktionieren. Du wirklich machst das für mich? Natürlich. In Wahrheit, ich würde sagen, dass das für mich ist. aber ich werde die Videos nicht brauchen. Also, wenn es keine Probleme ist, kann ich dir, woher ich bin? Du bist sicher? Warum bist du großartig, A-chan? 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 Du bist A-chan, oder? Du bist A-chan. Du bist A-chan. Entschuldigung. Ich habe mich zu schuldig? Oh, nein. Du bist A-chan. Du bist A-chan. Du bist ein F-fil? Du bist ein F-fil? Du bist ein F-fil? Oh, ja. Ich habe nichts zu essen seitdem ich hier bin. Ich könnte definitiv ein Bisschen jetzt nehmen. In diesem Fall, warum nicht das tun? Ich habe nichts zu tun. Alles klar! Der erste große Hauaiin-Mail! Los geht's! Es gibt einen Ort, den ich sehr oft zu gehen. Wir können dort gehen, wenn du möchtest. Es gibt nichts, was du lieber nicht essen, Kasuga-san? Nein, ich habe nichts zu tun. Leute sagen mir, dass ich das beste, was ich habe, ohne was ich zu essen. Das ist gut zu wissen. Ja, wenn du den Ort wählst, dann bin ich bereit, um zu essen. Nur, vielleicht bleiben wir es günstig, weil, du weißt, ich bin ziemlich verletzt. Oh, keine Angst. Es ist ein kleines Ort. Ja, wir sind in der Arbeit, dann. Sehr schön hier. Oh, Mann, gehen auf eine Reise ist großartig. Du meetest all kinds of neue Leute. Schade mich über den ersten Mann, der eine Kugel in meine Gesichter hat. Ich könnte es ohne das gemacht haben. Ich verstehe. Aber trotzdem, alles in allem, ich denke, dass das nicht so oft passiert. Ich frage mich, ob er gut ist. Ich glaube, dass er nicht getroffen hat, oder was du? Aber du bist überrascht? Ein Mann wie das? Also, ich meine, der Mann nicht so schlecht. Nicht ganz genau, zumindest. Du bist ein Kind, Kasuga-san. Nicht jeder könnte so etwas sagen. Und besonders über jemanden, der dich versucht, dich zu schrauben. Du denkst nicht? Vielleicht ist es das Eisland. Je größer das Raum, je größer das Herz. Du weißt? Annoah-ohä-resort-end-spa. Annoah-ohä-resort-end-spa. Ich würde auch sagen... Das ist eine Art von Bremsen. Die großen sind ungefähr sechs Meter oder so. Wie ist das eine Spezialität von Hawaii? Wenn ich einen Bremsen so groß habe, dann würde ich es nicht aufhören. Das ist eine gute Geschichte. Auf dieser Seite, Kazuga-san, wie lange Sie sich in Hawaii bleiben? Ich weiß nicht. Ich habe nicht entschieden, aber ich glaube, dass ich hier noch lange sein werde. Ich bin... nicht genau hier für eine Sightseeing. Oh. Dann, was für? Arbeit oder was? Nein, es ist nicht für Arbeit. Oh, ja? Na, wir sind so weit, ich glaube. Meine Mutter und ich wurden verabschiedet, und... Apparently, sie ist still alive. Sie leben hier jetzt. Ich kam hier zu sehen sie. Sie wurden verabschiedet? Hard zu glauben, oder? Nein, es hat mich noch nicht aufhören. Oh. Es ist eine Wunder. Ich kann nur vorstellen, wie schwierig das muss sein. Wait, dann... Die Adresse auf der Envelope, du hast... War das sie? Genau. Ich hätte gedacht, dass ein Mann das was essen würde. Ich bin sicher, dass ich viel verabschiede. Du kennst. Eine Tür öffnet, andere öffnet. Ich meine, hier bin ich jetzt. Ich habe ein tolles Essen mit meinem neuen Partner. Partner? Aber... Du meinst mir... Wenn es okay mit dir ist, ja. Du bist ein tolles Freund so far. Kasuga-san. All right. Ich glaube, ich werde dir das Wort geben. Dann... Ich kann nicht meine neue Partner. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich bin ja. Ich bin ja. Danke. Es ist halt echt traumhaft hier. Normalerweise gucke ich immer nur auf Abwasserkanäle. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ja. Ich sehe. Ich sehe. Huh? Huh? Ja. Ich sehe. 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 Hm? Ich liebe Palmen. Hm? Hm. Hm. Ha? Ha? Das habe ich als Kind mal in einem Anime gesehen und das sah da so gut aus. Ha, 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 ha. Hm. Haha. Ha, 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 ha. TOTALLY! Sup? No. Huh? Sure. Got it. Wow. Wow. Hm? Hm? I see. I see. I see. Immer alle retten. Hmm. Hmm. What? Oh. 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 Let's get it done game over win to be proud on to the next level my bad I see What is going on? 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 Excuse me Sure thing What is going on? What is going on? What is going on? I don't want to buy this What is going on? Hey Thank you Man Hawaii is awesome It's gorgeous everywhere you look I'm glad you're enjoying it If I wasn't stuck in this chair I'll show you a few other places too No, this has been great Have you been in there a long time, A-chan? No I was in an accident after work one day I guess it's been about four or five years since An accident, huh? That must have been rough Yeah, I suppose What about your friend, Kasuga-san? You mentioned him earlier You mentioned him earlier Oh, yeah He was in an accident too Lost his ability to walk when he was just a baby I met him when I was a teenager Wield him all around town for years I think I wanted to be the legs he never had Still, that wasn't what he wanted at all I really wish I would have known that sooner Kasuga-san? Hm? Oh, sorry Talking to myself He's a dear friend to you, isn't he? Yeah, he is He's more like a brother, if anything A brother? Well, that's how one of us sees it at least Oh, also Am I going the right way here? Oh, yeah This way is mine Alright The game is really good Story is really interesting And else all Kasuga-san If I had to guess I'd say you have a lot of friends There's something about you And you're incredibly easy to talk to as well Hey, thanks, E-chan I'll introduce you one day Maybe once we're back in Japan Oh, no I would just get in the way Nonsense We got nothing better to do So, you and your friends You said you were all in Yokohama? Yeah Ijincho I ended up there after getting shot this one time Woke up in a garbage can A buddy of mine who was homeless at the time wound up saving my life You're making things up now, right? It's the truth Honestly I've never told a single lie in my life Are you sure that wasn't a lie? See, look You're on my chest I've still got the bullet wound You're kidding Wow Is that really a bullet wound? Yeah And the guy who saved me is a good friend Has been to this day He did eventually find work and stuff But, as I said We're all back on the job hunt now Yeah, that's right Sheesh, it's all coming back to me Everything was my fault I'm why they lost their jobs Is everything okay, Tasuga-san? Yeah, sorry Just some baggage I haven't let go of Well I don't know any of the specifics But, if they're your friends I'm sure they've gotten over it You sure know how to cheer a guy up, A-chan Don't mention it Oh, ah, there is Crown Resort Here we are, Tasuga-san This is the place Oh, we're here? Okay Thanks for having me And pull out there all How's it look, A-chan? Can you pull it off? Well I'm gonna run the image through analysis right now We're not soon enough Unreal I'm totally clueless with this stuff Well I could never fight off some lunatic cab driver Okay, analysis complete As for the address Huh, I think we got it Holy crap! How did you do that? Hey, I'm just glad I could help You're the man! Thanks so much, A-chan! What's happening now? Hey, what do you want now? Hey, what do you want now? From the taxi? It's like a meat locker in here So, these were the ones giving you grief, Tomizawa Yeah Yeah, there's No doubt about it You're my son Huh Dude looks like a modern day pirate You know Your face looks awful familiar Yeah Yutaka-ya-mai Yeah? Now where have I seen you before? Oh, that's right You're Kasuga The hero of Yokohama Huh I'll be darned Don't tell me you boys don't know Kasuga here starred in the great dissolution of the Yakuza What? I take it you didn't come for an autograph Your little taxi scheme went south And now you want to settle the score, is that it? While it is true that Tomizawa here botched the job all by himself The car he got impounded belongs to my syndicate Oh yeah? You trying to tell me there are Yakuza in Hawaii? Not exactly something you'd find in a guidebook, is it? On that note Someone's going to need to reimburse us At a glance I'd say you're strapped for cash You do seem rather lively though So I'm sure we can put you to work I'll level with you, you're my son I have no idea how the Yakuza operate out here in Hawaii What I do know is you've got an ass backwards If anybody's going to reimburse you, it should be him I do see your logic The problem is, he's worthless Does somebody not drink his milk? A light tap like that and your bones go crunch Fragile little thing How could you? This bottom feeder used to owe us money, you know And so, I gave him work because he claimed he had no income So if anything, he should be thanking me That's some fine looking tech you got there Don't you goddamn dare If you want to fight, you got one But leave Eichon out of this Kasuga-san All that's left of your envelope is on there I didn't think to back up that image So if they take my laptop Got it Don't worry I won't let him anywhere near you It seems we're at an impasse then I'm freezing my ass off in here Freezing? Why are you not sweating your ass off? If only that were the case Unfortunately This tropical weather does nothing for me Nobody understands However This might warm the blood Okay, try it There are many No Kasuga-san Let me take support here Thanks, Eitan By all means Let's get it done Break yourself Crush you No Yeah Hang on Oh You idiot Kind Hey Hands Not Oh Don't Get Let's get it done! Now! Asuka-san! You're one with me! That's pickin' time! Let's get it done! Let's get it done! I'll show you! Asuka-san! You're one with me! So, that's it for you. What's with you now? Oh, you were the smokes! Yutaka are mine! Yutaka are mine! You okay, A-chan? I'm fine! But I'll need time to recover! You're in it now! Let's get it done! This better be fun! I'll try with you now! I'll try to cover it! I'll try to increase the power over the current level! I'll try and get it! Let's get it! Let's get it! Okay, that's a good one! I'll try again! Okay, that's a bad one! Ich werfe mal so eine Brandgranate. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall Leben. So, was können wir noch? Suftbombe oder Reizgas? Ne, ich halte es normal an. Das ist aber zu wenig. Okay, so stark ist er doch nicht. Los geht's! Open one! Und zurück zu square one. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Der Kick war voll gut. Das war's tun. 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 Ja, das war's tun. Das war's tun. Wenn es schwer ist, dann geht es weiter. Dankeschön, Eichon. Ich meine. Du bist mein Hörger. Ichiban Kasuga, ey? Also, Kasuga-san. Danke für alles. Bist du schon? Keine Ahnung, danke dir! Ich habe dich in all diese Scheisse. Nein, 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 keine Angst. Honest. Es war eine Erfahrung. Und eine nicht wertvolle Sache. Wenn ich hörte, dass ich einen Tag in eine Yakuza brauche, dann hätte ich es nie glauben. Ha, du hast mich da. Also, Kasuga-san. Du hast mich als eine normale Person. Du hast mich als in einem Schraub, als es nur eine Unterschiede zu sein, als ob es recht- oder left-handlich ist. Honestlich? Es war sehr refreshing. Ich habe wirklich Spaß mit unserer Zeit zusammengefasst. Ich bin nicht so gut mit Freys. Geh, weiter. Ich bin glücklich, wenn wir Zeit haben. Danke für alles, Eichon. Wir treffen uns wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Bestes Glück mit allem. Ja, aufhören. Ahuiho! Ja. Ahuiho! Ahuiho! Ahuiho, Kasuga-san. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Voll schön hier. Ey, da will ich auch hin. Ist ja traumhaft. Also. Hier ist ein Kone-san. Wunderschön, echt. Oh man, ich will da auch hin. Jo and I. Und... No, das wäre verrät. Entschuldigung. Ichiban Kasuga. Ich bin hier von Japan. In Wahrheit, Kapitän Sawashiro hat mich gebracht. Hat jemand zu Hause? Vielleicht ist sie weg. Entschuldigung! Hallo? Entschuldigung, komm in! Süß Tochter. Entschuldigung! 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 Kapitel 3, The Fool. Hä, was ist jetzt los? Entschuldigung! Entschuldigung! Echt? Entschuldigung! Swaying in the breeze Yeah On top of that You have no idea how it happened No Okay I'm gonna need you to cut the crap here I can make a bed of bullshit in my sleep Sleep that I never get Thanks to all you Japanese folks running around Needing help or making trouble I know it sounds like bullshit But I'm telling the truth And why would I be lying I'd just be digging my own grave Well At least you're not a druggie Nothing crazy on your report Guess you're just another sick pervert But hey Your country's famous for weird shit Like the anime porn Or the panty machines Would you just listen I'm telling you I'm the victim Call it robbery Grand theft even My passport My wallet My clothes My underwear She did me so dirty Hey what's happened Excuse me Hello Ich bin völlig verwirrt Sorry Komm in Ashley What – To be, to be Moly ów I I To be To be Welcome To be Also war das ne Fahle bestimmt. Hey voll geil hier. Hier kommt meine Mutter. Okay. Thanks for waiting. Akane-san. It's so nice to meet you. Hang on. Who are you? Man this is delicious. Oh, thanks. I wish I could offer you something a little fancier. Are you kidding? The food's amazing. Not to mention the view. But yeah. Sorry I just showed up out of nowhere. No worries. I'm just happy to finally meet Akane-san's son. Her son huh? Wish that didn't sound so awkward. To be honest. I'm not really feeling it. Feeling what? I mean, I've never heard from her or seen her face once. Not since the day I was born anyway. Besides, all the old ladies around town brought me up. In that sense, I had more moms than I could count. So yeah. I don't really know if I need Akane-san to be my mom. To me she's just... My boss's main squeeze. Anyway, I came out here to give her this. What is it? What's left of a man she loved. Sad to think this is their first reunion in ages. But maybe it'll offer some closure. Maybe. Gotta say, I'm surprised though. I never knew Akane-san was the type to have a maid. Oh, I wouldn't call myself a maid per se. I just do her shopping and help around the house. I'm studying abroad here, so it helps me pay tuition. Cool. Oh, yeah, I didn't catch your name. I'm Ichiban Kasuga. If you didn't hear me yelling it before. I'm Chitose. Chitose-san, good to meet you. So, when's Akane-san supposed to be back? Oh, not for a while actually. She told me she'd be here tomorrow. You know, you could always spend the night. We have a guest room ready and everything. Sure. If it's not too much hassle. So, tomorrow's the day. Maybe I'm not ready for this after all. I know what'll help calm those nerves. Oh, thanks. But try one smoothie. Seriously? Pineapple wine? The God's gift of man. One of Hawaii's many specialties. I'm glad you're taking a shine to it. Oh, heck yeah. The drinks are fine. The food's divine. Hawaii's like heaven on earth. Yeah? Then maybe you'll appreciate this. Hawaii's pretty famous for its rum. Made with sugar grown right on the island. This one's the best of the best. Ooh. Gonna have to gear myself up here. I take it you're a pretty big drinker if you can handle stuff like this. Not as big as you from what I can see. Speaking of big... Those arms... A guy's gotta be built, don't you think? You think so? Hey, uh... Shytosei-san. Think you might be a little... close? Am I? Well, yeah. A sweet girl like you, alone with a scruffy old goat like me. There are guys who might get the wrong signal. What if that's the signal I had in mind, though? You're one of the nice ones, Kasuga-san. I feel like I can trust you already. Wow. You really are swole, aren't you? Do you box? Uh, no. I do throw punches every now and then, but... Uh, that's not the point here. Whoa! Okay. You're so easy to read, Kasuga-san. Mm, by the way. Y-yes? Uh... Did I mention we have the house to ourselves tonight? Uh... Listen. Shytosei-san? I feel like the luckiest guy in the world just being here. And I appreciate you taking care of me. But... I'm sorry. There's somebody else in my life. Huh? A girl friend? Well, if only I could call her that. If only she didn't hate my guts. And what's the problem? Besides, what she doesn't know won't hurt her. Yeah, well... It'll still hurt me. Hope you understand. You are just the sweetest guy, aren't you? Gosh. Look, I'm sorry if I went too far. All I want is for you to be comfortable. And you know what that means? A toast! To being an honest man! Ah, sure. That's the same rum we've been drinking. Right? Hope it doesn't kill me. Come on, it's just one little sip. Mern up, Ichiban! Hör auf zu trinken! Alright! We're doing this! Nein! Hör doch nicht! Wow! Alkohol is schlecht! Oh, wow! This is kickin' my ass. Alkohol is schlecht. Shitosei-san! How are you still... Hanging... What the hell was that? Toll. I think I should've eaten more... Sorry, Shitosei-san. The glass... It just slipped. Shitosei-san! Should've done this from the start. Sweet dreams, Kasuga-san. Was hat die vor? Gar nicht gut. Poor man. We just took it just to the end of the day. I'm just getting caught. Oh, man. 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 Warum macht man sowas? Deswegen Alkohol ist immer ein Zeichen. Sofort weg gehen. So mache ich das seit Jahren. Wenn ich jemanden Alkohol trinken sehe, gleich weg laufen. Das ist ein Strieker! Was ist das all about? Ich bin eine Frau. Was ist jeder staring? Oh, Serv's up, dude! Ja, dude! Hang loose, bro! Was ist das so crazy? Was ist das Tattoo? Es ist okay, ich bin nicht der Yakuza! Anymore? Huh? Oh! Oh! Oh, shit! Oh no freaking wake! What the hell's going on? Das ist ihm aber früh aufgefallen. Warum macht man sowas? After that, you wandered around for about a half an hour before our boys rounded your dangly ass up. And that concludes our story. Look, I was just trying to get back to Akane-san's house. Right, Akane-san. The mother you never met, then you claimed some mystery maid took everything you had. Officer, you gotta believe me. Hey, believe you? Do you even understand your situation? You've got no passport, no wallet, not even the clothes on your back. That effectively makes you a John Doe. How do you like your new American name? Point is, no one's gonna believe a single word you say. I'll give you one chance to unfuck yourself. You call up that so-called mother of yours and get her to pay your bail. I'll even be so kind as to lend you a phone. There's no point. I don't have a way to get in touch with her. Oh, no one's on your side, huh? Well, that's a crying shame. Now, what do I want to put you down for? Don't want to waste you on something petty. But when was the last big... Hey, what are you mumbling about? Oh, yeah! That one case. It happened a half a year ago on River Street. Some money-waving tourists got mugged. Lost nearly everything on him. Including his life. Took him three months just to get off the respirator. All right, what's that got to do with me? Oh, I'm getting to that. See, to this day, we don't have a clue who did it. It's our job to protect the peace. But when a crime like that goes unsolved, that's a problem, right? Well, that's your problem, not mine. Buddy, you are slow on the uptake. I'm saying you are that culprit. What? What's going on? Right now, you don't have a single shred of proof to defend you. So I can turn you into any criminal I want. But hey, you'll be doing society a favor. Us cops can recover our image. And the public can sleep better at night. You bastard! Yeah, that's more like it. Go ahead, take a swing. No, no, really, make my day. Because when the courts find out you assaulted a cop, your grave gets that much deeper. You really are the perfect criminal. Now that I think of it, a few other cases ran cold, too. Wouldn't be hard to pin those on you, either. Let's see. Add it up. You just earned yourself at least 20 years in the slammer. And while you're riding away, I'll be celebrating with the top brass. Maybe even get that big promotion. Ha, 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 hell yeah. You know, I grew up in a pretty shitty neighborhood with some pretty shitty people. But I've never met anyone so full of shit in my life. Music to my ears, asshole. Now get up. You'll be cooling in a cell till hell freezes over. That's right. Just keep your head down and your mouth shut. Unless you want a longer sentence. Huh, I thought so. What's going on now, eh? Hey, officer. What? Why'd you want to be a cop in the first place? To protect and serve. What else? Any other stupid questions? You're about what I expected. I should tell you. I had a history with the Yakuza way back when. Oh yeah. Your back was all linked up. Fitting image for a violent, reckless scumbag. Maybe so. After all, we Yakuza can be reckless. And we do get pretty violent. That's right. Stop right there. Hey, we got a runner. Stop. Damn. Go away here. I'm in this mess. My ass is grass if I'm caught. Better get a move on. You're a deep-sit pal. What the hell? You sent the patrol car over already? You turned out around that fast? I'd stop if I were you. Don't do anything stupid. We're gonna lock your ass up. Hey, what do they want from me? I've done nothing. I've done nothing. We're gonna lock your ass up. You're gonna do anything stupid. Stay where you are. Here he is. Get him! Crap. Get away from me. They just robbed me and they're chasing me now. Stop right there. Get away. Why did they do this at all? I don't understand. I don't understand. Freeze. Hands up. A fitting end for the hero of Yokohama. I doubt Masumi Arakawa would approve. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ja, das ist das Kiryu-san, das ich weiß. Aber warum bist du sogar hier? Jetzt ist es nicht das Zeit. Für mich, lass uns die andere Hand sehen. Oh, okay. Oh, viel besser. Aber hey, hast du immer so gut gemacht? Mehr oder weniger. Lass uns gehen. Mann, bin ich glücklich, dass du hier bist. Kiryu-san, lass mich dir richtig geben. Du hast mich ein Fugitives-Akommiss gemacht. Ich bin nicht sicher, ob es einfachen Dinge kümmern. Kiryu-san, bitte um einen Idiot wie ich. Ich bin schuldig, Kasuga. Ich hörte, dass du gut gemacht hast. Es fühlt sich nicht gut, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber warte, wie kannst du mich überhaupt wissen? Ich bin eigentlich hier für einen Job. Ich bin in Hawaii, um jemanden zu finden. Also habe ich die Straßen für Intel. Und das habe ich von dir gehört. Ich glaube, ich bin glücklich, dass dein Job hier ist. Dann hast du meine Arme gerade gewonnen. Ach so, wenn du sagst, dass du in einem Job bist... Ja, ich muss anfangen. Du weißt, dass ich auf dem Papier bin, oder? Ja. Ich hörte, dass es um deine Familie zu retten. Seitdem ich diese Wahl gemacht habe, kann ich nicht mehr, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Und um zu verhindern, irgendwelche Verletzungen, ich mache, ist unter der Beobachtung. Die Beobachter sind die Däidoji-Faktion. Sie halten unsere Wirtschaft, und unsere Hände zu verletzieren. Zumindest auf der Grund. Das klingt wie lustige Leute. Ich bin hier mit einer Anwendung. Eine Anwendung. Eine Anwendung. Du solltest findest, und die Person in der Bildung. Das klingt wie ein Terrorist. Wer ist das denn? Ich wünsche dir, dass du dein Platz gelernt hast. Ich habe diese Fragen gestellt. Ich habe das Gefühl gemacht. Ich habe gedacht, dass es ein Versuch ist. Ich werde dir ein Passport für nächste Woche. Auf einem Alias, natürlich. Und warum brauche ich einen Passport? Es ist natürlich ein Versuch. Ihr Ziel ist in Hawaii. Hawaii. Ich habe deine Interesse, nicht wahr? Das ist das, was dich gebracht hat. Du musst wirklich etwas großartig machen, um dich von allen Leuten auszudrücken. Ja. Ja. Und gerade als ich auf der Arbeit kam, habe ich dich gefangen. Ich glaube, dass ich mich im Endeffekt immer findest. Ich versuche, dass ich es für eine Art. Okay. Dann, warum nicht ich das Wort zurück? Ich kann dir helfen auf deine Suche. Du bist der cool-headed Advisor, und ich bin der hot-bloodigen Mussel. Danke. Danke. Aber du hast nicht genug, was dich zu beschäftigen? Du hast eine Art. Du verabschiedst und verabschiedst. Ich bin ziemlich sicher, dass das eine Verabschung hat. In Wahrheit, ich denke, dass sie eine Warrant für dich für dich, während wir sprechen. Oh. In der Endeffekt, ich denke, dass du mit mir sicher bist. Wenn du das Geld brauchst, dann kann ich dir helfen. Aber ich kann nicht viel tun mit deinem Passport. Keine Wörter. Ich werde zurück, was mir ist. Und dann vergessen, den kleinen Thief, die ich versucht habe. Und auf diese Weise, habe ich ein paar Worten, die sie muss hören. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Deswegen nie Alkohol annehmen. Ist besser so, Leute. ABC Stores. Entschuldigung. Kasuma Kiryu ist der Gruppe beigetreten. Sehr gut. Let's get serious. Zeit. Liebe. Licht. Frieden. Und alle. Peace. Love. And light.